Hallo ihr fantastische Menschen da draußen. Ich freue mich riesig, euch endlich mal ein neues Buch Gameboy Geheimtipps 2 vorstellen zu dürfen. Es ist jetzt offiziell draußen und ab sofort auf Amazon erhältlich. Link ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr wie ich Fans von Gameboy seid oder einfach nur nach verborgenen Schätzen sucht, die ihr vielleicht noch nicht kennt, dann ist dieses Buch genau das Richtige für euch. Aber was erwartet euch? Auf 84 prall gefüllten Seiten stelle ich euch 34 Spiele vor, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber definitiv einen zweiten Blick verdienen. Dabei nehme ich euch mit auf eine Zeitreise durch vier verschiedene Genres, von Action über Puzzle bis hin zu Plattformen und Sporttiteln. Egal ob ihr alte Klassiker wiederentdecken oder unbekannte Juwelen kennenlernen wollt, hier findet ihr eine Vielfalt an Spielen, die den Gameboy so besonders gemacht haben. Und das Beste, es gibt ein spezielles Kapitel, das sich ganz dem blauen Bomber widmet, ein Mega-Man-Special. In diesem Abschnitt beleuchte ich alle Mega-Man-Spiele, die für den klassischen Gameboy erschienen sind. Welcher Teil hat die beste Balance? Welche unterscheiden sich im Gameplay und im Design? Und die wohl wichtigste Frage, welches Mega-Man-Spiel ist das Beste? Ich weiß, da gibt es hundertprozentig eine definitive Antwort. Jedes Spiel wird dabei auf einer Doppelseite ausführlich vorgestellt mit Informationen zum Erscheinungsdatum, Entwickler und Publisher. Aber das ist noch nicht alles. Das Buch ist im Vollfarbdruck gestaltet, sodass ihr die Screenshots, Cover und Details der Spiele wirklich in bester Qualität genießen könnt. Ihr seid wahrscheinlich, wie ich, sehr retroorientiert und ein gutes Buch mit einer guten Qualität, finde ich, hat seinen ganz eigenen Wert. Außerdem gibt es das Buch noch in verschiedenen Formaten, damit ihr es so genießen könnt, wie ihr es am liebsten wollt. Es ist ein Taschenbuch, Hardcover oder bequem als E-Book erhältlich. Also, worauf wartet ihr noch? Klickt auf den Link in der Beschreibung und holt euch jetzt noch heute euer Exemplar. Ich hoffe, das Buch gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen wunderschönen Tag, egal, was ihr noch vorhabt.